So Mike, wir sind da. Komm, kannst du aussteigen, komm. Achtung mit dem Kopf. Nein, Achtung mit dem Kopf. Nein, Jögi, komm jetzt. Schau, Mike, ich habe dir noch einen Apfel gezogen für in der Pause. Super, ist das gesund? Ja, da hat es noch einen Farmer-Stengel. Danke vielmals, Mami. Wenn du möchtest, bist du lieber in die Schule zu der Gespäbli und ich komme dich dann wieder abholen. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ciao, Mami. Ciao. Tschüss. Ciao. Hoi zusammen, ich bin Mike Wiesler von der Radio Pilatus Morgenshow und viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto in die Schule. Findet ihr das gut? Oder findet ihr nicht? Ich finde es cool, eure Meinung ist jetzt gefragt und klären wir auf in der Radio Pilatus Morgenshow. Morgen, morgen, ab den 5. Gut aufgestellt in den Tag mit der Radio Pilatus Morgenshow. Guten Morgen. Ja. 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 Ja.